Live und direkt aus der britischen Hauptstadt, hier ist London! Bereit machen für Massaker! Drei, zwei, eins, los geht's! Hier spielt jeder Allstar für sich, während sie in der Arena ein Massaker anrichten und Punkte sammeln. Wenn die Uhr null erreicht, gewinnt der Allstar mit den meisten Punkten. Ach ja, das wird nie langweilig. Jetzt hab ich dich! Uh, das muss man erstmal aushalten! Spitzende Allstar-Action heute! So eine überlegene Führung hab ich schon lang nicht mehr gesehen. Wer ist denn da an Führung? Weiter so! Oh, ob man das wieder ausgebeugt kriegt? Das erinnert mich an die gute Augenzeit! Geht weg! Funke, Funke, auch so leicht! Das Heldenfahrzeug wartet nur auf den Ruf! Es passiert jeden Moment! Nicht ganz so gut wie ich, aber nah dran! Der Lied liegt ja! Das hat er kaum berührt! Eher ein High Five! Und so zerschmettert man die Konkurrenz! Schön! Und so zerschmettert man die Konkurrenz! Schön! Sie wollen die Konkurrenz auszugleichen! Genau das wollen die Fans sehen! Ha! Ah! Geh! Auf der Tafel sind viele Punkte, aber für die Konkurrenz es wird schwer werden, das aufzuholen. Es geht einfach nichts über richtig heftige Treffer. Noch ein kleiner Punkte-Rückstand. Da geht noch was. Da muss die Leistung heute aber noch steigen, um diesen Punktestand auszugleichen. Los, ein Stupser. Ist das schon alles? Funkelfunkel, Autolive! Achtung, ein Heldenfahrzeug steht in den Startlöchern, Leute. Wow, Twinkins Rampelbreaker legt los! Auf der Tafel sind viele Punkte, aber für die Konkurrenz, es wird schwer werden, das aufzuholen. Eine Minute noch! Eine Minute noch! Mr. Sparkles ist bereit, sich durch die Arena zu rangen und zu kratzen. Jetzt habe ich dich! Da muss die Leistung heute aber noch steigen, um diesen Punktestand auszugleichen. Zehn Sekunden noch! Zehn Sekunden noch! Zwei, vier, drei, zwei, ein, Ende! Swinkle Riot ist besiegt! Ich bin fast! Ich bin fast!